Das ist jetzt also der entscheidende Sprung gewesen von Charles Nolsen. Entschuldigung. Was haben wir jetzt? Das haben wir schon von der Tag. Keine Ausrede. Jetzt die Konzentration auf die Note hier von Charles Nolsen. Das sind auch zwei Sprünge. 14,83 Punkte von Charles Nolsen für diesen Sprung. Und damit zieht Kanada vorbei. Ja, Deutschland. Kanada second now. 162.922 points von Kanada. 10,822. 10,822.